Im diesjährigen Hauptgang erwartet die Jury von dir nebst einer Stärketeilage auch ein Teil eines Schweizer Säules. Für was du dich entscheidest, ist dir freigestellt. Ich hätte schon ein paar Ideen, zum Beispiel etwas Geschmortes oder Glasiertes mit etwas Bratenigem kombiniert. Aber eben, ich darf nicht mehr mitmachen. Darum ist es jetzt an dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in den Vorbereitungen und denke daran, Kreativität zählt. Was?!